Der Vorstandsvorsitzende Dr. Veit Luxem zeigte sich sichtlich erfreut über das gute Abschneiden bei den diesjährigen Abschlussprüfungen der EHK zum Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau und begrüßte die frisch gebackenen Bankkaufleute im Rahmen einer Feierstunde. Insgesamt haben in diesem Jahr zehn Auszubildende die Prüfung erfolgreich abgelegt. Darunter waren erstmalig auch zwei Auszubildende, die gleichzeitig ein duales Studium absolviert haben. Somit kann die Volksbank München-Gladbach sich selbst treu bleiben und wie bereits seit Jahren beim Nachwuchs auf Kompetenz aus dem eigenen Haus setzen.